Freunde, was ist passiert? Was ist das hier für ein Video? Ich mach mal ganz kurz TJ's Mini-News in live hier im Stream. Es geht um die Sache Tansi vs. Orange Morange. Weil da gibt's jetzt Neuigkeiten, weil Orange Morange wieder ziemlich dumm und ziemlich dreist gelogen hat. Aber erstmal für die Leute, die nicht wissen, was irgendwie passiert ist. Zwischen Tansi und Orange Morange ist ja schon ewig Beef, die ist das. Auf der Gamescom haben sie sich fast geprügelt und die beiden mochten sich einfach schon sehr, sehr lange nicht, weil Orange Morange halt Casino streamt und Tansi möchte ihnen da zur Rede stellen und sagt, dass sie das aufhören soll, die ist das. Und die mögen sie aber nicht. Ist ja auch okay. So, dann hat letztens Tansi in dem Tweet und in dem Stream gesagt, dass er glaubt, dass die Seite Kik auf der Orange Morange, Batzi und Skrillos mittlerweile streamen, also da machen die ihre Casino-Streams, dass die Video-Bot hat. Und zwar hat Tansi das hier geschrieben. Bo, 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 bo. Ich mach mal kurz groß. So, Kik arbeitet doch mit Video-Bots. Wahrscheinlich haben alle Casino-Streamer da. Die switchen die gleichen Zuschauerzahlen wie auf der größten Livestream-Plattform der Welt. Das hat Tansi der Plattform Kik vorgeworfen, auf der die drei Jahre jetzt streamen. Dann hat Orange Morange sich über Tansis Zuschauerzahlen lustig gemacht in der Donation und Tanzverbot auch vorgeworfen, dass er Kokain schnupfen würde, dass er Kokain zieht, dass er Kokse ist. Das hat er halt in einer Spende gemacht an Tansi, aber auch nochmal in einem Tweet geschrieben. Er hat gesagt, wann machst du den Haartest? Zeig mal, wo ich deine Freunde öffentlich beleidigt habe. Lüg mal hier nicht so rum. Also, wann machst du Haartest halt? Weil im Haar kann man halt sehen, ob jemand schon mal Kokse gezogen hat oder nicht. Tansi hat darauf natürlich gesagt, dass es komplette Bullshit ist, dass er natürlich kein Kokser ist. Hat sich dazu auch sehr aufgeregt, weil Orange Morange auch gesagt hat, dass seine Freundin Lola auch Kokain ziehen würde und die hat mit dem Beef gar nichts zu tun, was ich sehr verstehen kann, wenn er plötzlich auf Freundin geht. Vor allem, weil, ja, bei ihm nimmt man sehr oft ihn und seine Freundin Schutz, weil sie auch nichts mit dem Beef zu tun hat und, ich sag mal, aufgrund ihres Jobs eine große Angriffsfläche für irgendwelche dummen Clowns bietet. Ähm, aber, äh, ja, hat sich Tansi natürlich verständlicherweise aufgeregt. Dann ist da was ganz Weirdes passiert und zwar, nachdem Tansi sich so aufgeregt hat über Orange Morange, hat Kevin, also Orange Moment, einfach die Adresse von Tanzverbot geleakt. Also, hier ist es einmal inzensiert quasi. Das hat er einfach live in einem Stream gemacht, der auf Kick war. Ähm, ich würde gerne von euch ein bisschen Feedback, äh, bekommen und zwar... Und zwar möchte ich, äh, nach Berlin ziehen. Ich finde, Berlin ist einfach eine sehr schöne Stadt und ich habe mir hier ein paar Wohnungen rausgesucht und es gibt hier eine sehr, sehr schöne Wohnung. Ich überlege mir halt wirklich, äh, da einfach hinzuziehen. Und hier im Chat hat man schon gesehen, so, oh damn, der liegt. Ich, äh, da einfach hinzuziehen und wollte euch fragen, wie findet ihr die, die Lage? Kennt vielleicht irgendjemand die Gegend? Ich meine, guck mal, 650 Euro für... Digga, das ist ein Schnapper. Das ist echt ein Schnapper. Tanzverbot wohnt da? Hä? Und jetzt halt so einer auf, hä, was, der wohnt da? Was? Ich habe seine Adresse geleakt. Der wohnt doch in Berlin. Also es hat wohl scheinbar bei Berlin irgendwo das, das, das Ding da. Was redet ihr da? Nein, Quatsch. Tanzverbot wohnt irgendwo in Berlin, aber... Ich habe mir das hier rausgesucht, weil die Lage voll schön sein soll. Also hier mit diesen schönen Bäumen und so. Auch so Chats, so einfach so, okay, seht ihr gerade nicht. Aber man merkt, wie deprimiert du geworden bist, ähm... Kann man das, kann man das jemand empfehlen? Ne. Und auch seinen Chatter, da wohnt doch Schnupfi oder bin ich dumm? Also, ne, Schnupfi, so nennen die den halt im Stream, weil angeblich zieht er keine Tanzverbot Koks. Also ich habe ja eine große Community und ich frage einfach nur, ob jemand vielleicht die Gegend kennt. Junge, bist du ein Opfer, liegst ein... Aber auch der Chat beleidigt schon als Opfer. Was redest du denn da? Was redest du denn da? Da wohnt einer meiner besten Kunden für Koks. Oh Gott, also ey, sorry, wenn... Ja, da wohnt einer meiner besten Kunden für Koks. Also der Chat ist auch total darauf eingestiegen, dass Tanzi Koks da ist, ne? Also, dann erzähle ich euch halt nicht, wo ich hinziehen werde. Ja, und der tut ja so, als wenn er dies, das... Ja, halt eine Wohnung suchen würde, dies, das, ne? Ist halt mies cringe einfach, muss man sagen. Also, Almin, WTF, jeder weiß, dass er einfach die Adresse von Tanzi leaken möchte. Und ja, es ist einfach so mies unangenehm. Es ist halt so wack, weil es so ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre ist, einfach so. Kommen wir auch gleich zu, weil Tanzi schon gesagt hat, dass es jetzt schon Konsequenzen für ihn gab. Also für ihn selbst, für Tanzi. Weil halt schon Leute vor seinem Haus standen, aber da erzählt Tanzverbot gleich nochmal was drüber. Es ist halt einfach so wack, dass es halt... Man sagt eigentlich unter Streamern und unter YouTubern dies, das gibt es ein bisschen Kodex. Dass man sich nicht gegenseitig wegstrikt, dass man sich die Adresse nicht legt, dies, das. Aber come on, Alter. Also, so, ich check nicht. Also, man ist mies unbeliebt. So, jeder findet einen scheiße und dann macht man solche Moves. Ich check's nicht. Ich check's nicht, wie man drauf kommen kann, dass das eine gute Idee war, das sowas zu tun, so. Ne, und dann hat er danach auch noch so erzählt, dies, das. Dass er gar nicht wusste, dass es Tanzverbot-Adresse ist und sowas, ne? Jetzt kam aber raus, und das ist halt wieder so doppelt überpeinlich. Und zwar ein Clip von vor zwei Wochen scheinbar, wo Orangisch und Orangisch einfach sagt, dass er Tanzverbot-Adresse kennt, weil er ein Hater, die ihm gesendet hat. Und das macht's nochmal so viel Whacker, weil er öffentlich sogar im Stream gesagt hat, er weiß, er kennt die Adresse und tut jetzt so, als wenn er es nicht könnte. Also, er hält seine Zuschauer für so dumm, dass sie das nach zwei Wochen nicht mehr checken, dass sie es nach zwei Wochen vergessen hätten. Und zu dem Punkt, wo, das würde ich euch nur zeigen, das würde ich euch nur zeigen. Passt mal auf jetzt. Moment, wo haben wir es denn? Es ist halt so lächerlich. Liebe Orangisch, Morangisch, der versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, indem er einfach sagt, ich wusste gar nicht, dass er da wohnt. Hä? Ich hatte doch gar keine Ahnung, dass er da wohnt. Er versucht einfach so, er versucht so auf 200 IQ, er hat irgendeinen kostenlosen Online-Ratgeber-Anwalt angeschrieben und so, was soll ich denn da jetzt machen? Ja, behaupte doch einfach, du hattest keine Ahnung davon. Ja? Hm. Na, ja, ja, ja. Genau, dieser Clip ist jetzt irgendwie so zwei Wochen alt, wurde mir gesagt. Wenn es selber im deutschen Bereich passieren würde, interessant, das könnte kritisch werden. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Wenn ich dieses Video sehe, ne, dann überlege ich wieder, ob ich unter den ziehen soll. Also, für die, die es nicht wissen, ich habe Real Talk, ich weiß, wo er wohnt. Es ist halt so peinlich, Alter. Ich habe einen Hater von ihm mal irgendwie geschickt. Ich habe mir auch Wohnungen, also ich habe mir wirklich überlegt, eine Wohnung sogar zu kaufen. Auch nachher ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber ich dachte mir dann so, dass ich einfach unter ihn ziehe. Mhm. Ich habe echt überlegt, dass, äh, ich überlege jetzt schon wieder das zu machen, aber es ist ein bisschen auch Aufwand und so. Aber ich wäre schon irgendwie geil, einfach unter ihm zu wohnen. Und dann. Soll er mir wieder auf die Fresse kommen, wieder auf die Games kommen? Habe ich nicht. War das doch... Naja, die, die Person, die jemandem wirklich psych, äh, physischen Schaden zubereitet hat, war er halt ein Lola. Also, ach, das ist so peinlich. Ach und jetzt übrigens, ähm, der Clip ist, meine ich, jetzt, nachdem er die Adresse geleakt hat, entstanden. Also, das eine war jetzt zwei Wochen halt. Und das ist jetzt entstanden. Jetzt behauptet er nämlich wieder was anderes. Seine Wohnung, Bruder, ich, ich weiß es halt wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bro. Vielleicht denkt er das auch nur, weil Leute das gesagt haben. Ich weiß es nicht. Wenn das wirklich so sein sollte, dann, äh, krass. Ja, der hat ja öffentlich seine Adresse geleaktet und versagt, dass es die ist. Ich wusste wirklich nicht. Wusstest du nicht? Er wusste wirklich nicht, er wusste wirklich nicht. Äh, dich wegen der Adresseanzeige, glaubst du, dass wir ein Problem machen? Nö, denke ich, nee. Ich hab ja nicht, also wenn ich gewusst hätte, dass das wirklich sein Adresse ist, hätte ich ja nicht, nicht geleaktet. Ja, 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 also wirklich, ne? Er macht sich halt auch so 300.000 Sachen gleichzeitig kaputt dadurch, weil man ja einfach ganz klar sehen kann, dass es eine ganz eiskalte Lüge war. Und was soll einem, was soll die Community einem noch glauben, wenn man solche Lügen rauskickt? Aber krass. Also wenn das wirklich stimmt, was ich halt nicht glaube, ich glaube, dass er einfach lügt, um mir zu schaden oder so, aber wenn er wirklich öffentlich zugibt, dass das wirklich seine Wohnung ist, dann weiß ich jetzt einfach, wo er wohnt. Ja, dann weiß er jetzt, wo er wohnt. Krass. Es ist, es ist einfach so lächerlich. Es ist wirklich einfach so mies lächerlich. Also vor allem, wie kann man auch, nicht nur, dass es ganz gelogen wird, wie kann man so schlecht lügen? Wirklich, wie kann man so ultimativ schlecht lügen? Es ist so ein asozialer Move, aber dann noch so, so, so schlecht zu lügen und denken, damit kommt man durch, ist auch wieder so eine Frechheit einfach wieder. Alter. Alter. Ja, und dazu, Freunde, es passiert, was passieren musste. Es gab die ersten Konsequenzen für Tanzi. Die ersten Leute waren vor seinem Haus und wollten vorbeigucken, dies, das. Die sind noch nicht so krank, wie viel passiert, aber gucken wir mal ganz gut rein, was da passiert ist. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt halt schon eine Situation, die ich mitbekommen habe, da habe ich im Auto gesessen, da sind irgendwelche Jugendlichen vor meiner Tür, vor meinem Auto stehen geblieben. Da habe ich drin gesessen, dann sind sie schnell weggefahren, ich bin denen hinterher, ich bin denen hinterher gefahren, habe mit Lichthupe die angehalten und habe mit denen gequatscht. Dann waren es doch ganz Liebe, die gar nichts Böses wollten, die haben nur gesagt, ja, wir haben gehört, wir kommen aus der Gegend, wir haben gehört, deine Adresse wurde geleakt, wir wollten nur mal gucken. Da bin ich gleich hysterisch geworden, weil ich kann sowas nicht so, weißt du, das ist halt... Ja, ja, voll, also vor allem, wenn wirklich Leute vor meiner Tür stehen würden, ich würde mich auch so mies unruh fühlen einfach, so zum Glück wohne ich gut versteckt, das ist bei mir nicht so schnell passiert. Aber ich bin so, ich hätte auch so Panik. Das ist halt so der letzte Punkt, den man nicht machen sollte, das sollte man nicht machen, das geht einfach, das geht einfach zu weit. Das geht viel zu weit. Egal, wie sehr man jemanden hasst und das meiner Meinung nach zeigt es auch einfach, wie verzweifelt dieser Mensch ist. Das zeigt einfach, wie verzweifelt Orange, Orange ist, dass er meine f***ing Adresse leaken muss und immer wieder versucht, irgendwas zu finden, Alter. Irgendwer quatscht ihn voll, dass ich Drogen... Genau, auch das mit dem Koks, jetzt passt mal auf, wer ihm erzählt hat, dass Tansi Koks genommen haben soll. Und er verbreitet das im ganzen Internet. Er hat es nicht gesehen, er hat nicht mal den Kontakt, der ihm das gesagt haben soll, sondern er glaubt einfach Batzi. Digger! Also Batzi hat scheinbar Orange Monge gesagt, dass Tansi Koks ein Koks ist. Wow, Alter, geil. Er spricht es so weiter im Internet. Jetzt stehen irgend... Die freuen sich jetzt. Mindestens einer... Das ist so lustig. Mindestens einer ist groß. Die hat gar nichts mehr mit der Situation zu tun, der ist völlig uninteressant. Wer ist Batzi? Ja, gute Frage. Ja, gute Frage. Wer ist Batzi? ... gerade, aber er ist der Einzige, der gerade den Stream guckt und mit mir reden will. Das musst du dir mal überlegen. Junge, der Typ, der bei... Wenn Orange Monge Batzi und er online sind, er geht voll unter, weil alle bei den anderen gucken, weil er voll wenig unterhaltsam ist, weil er... Der hat so voll die negative Ausstrahlung. Du guckst ihn, du guckst ihn an und du siehst, er ist irgendwie unzufrieden. Außer, dass er 30K um sein Handgelenk trägt. Weißt du, was ich meine? So, und deswegen muss er versuchen, sich in so einer Situation irgendwie immer mit einzumischen. Aber ich raffe es nicht. Ich raffe es nicht. Dicker, ich habe Stress. Ich habe Stress mit Orange Monge. Und Skowooff kommt von der Seite und sagt, er will mit mir reden. Ich sage, Dicker, willst du mich verarschen? Warum soll ich denn mit dir reden? Was willst du von mir? Was ich nicht wollte? Natürlich würde ich... Genau, auf jeden Fall, tanze ich richtig noch ein bisschen auf. Dies, das. Aber, wo ich nochmal ganz kurz mit euch reingehen wollte, ist in die rechtliche Einschätzung von Christian Solmecke zu dem Thema. Weil natürlich sind da Sachen passiert, die nicht legal sind. Einerseits, der Vorwurf, dass jemand Drogen nimmt, dass jemand illegale Sachen macht und halt Adresse leaken so. Dementsprechend gucken wir jetzt mal ganz kurz bei Christian rein, was denn jetzt einem Orange Monge drohen könnte. Es sind also zwei Dinge, die wir hier betrachten müssen. Das erste ist zunächst mal, dass Tanzverbot angeblich Kokain konsumiert. Das ist eine Behauptung, die in den Raum gestellt wird. Und das wollen wir uns strafrechtlich und zivilrechtlich mal anschauen. Und dann schauen wir uns im nächsten Schritt die Veröffentlichung der Wohnadresse an. Sozusagen die neueste Eskalation in dem ganzen Streit. Also strafrechtlich sieht das Ganze so aus, dass wir mal einen Blick in den 186 Strafgesetzbuch werfen können. Da geht es um die üble Nachrede. Und jetzt kann man sagen, ja, der redet ja nur von einem Haartest. Aber wenn ich von einem Haartest rede, weiß ein Großteil der Bevölkerung oder jedenfalls die angesprochenen Kreise wissen, dass damit gemeint ist, er soll einen Haartest machen, um mal zu überprüfen, dass er keinen Kokain nimmt. Und da muss man sagen, da ist die Behauptung erstmal von Orange und Orange in den Raum gestellt worden, dass Tanzverbot... Ich mach mal ganz kurz auf 1, 2, 5... Ihn nimmt. Und da heißt es, wenn Beziehung auf einen anderen, also Orange und Orange, auf Tanzverbot, eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herab zu würdigen, geeignet ist, wird, wenn ich diese Tatsache erweislich weiß, mit Freistrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also sehr wahrscheinlich Geldstrafe würde es werden, wenn er durchkommen würde. Hier sieht es so aus, er hat erstmal was in den Raum gestellt und jetzt müsste er beweisen, dass die Tatsache wahr ist. Dann sag ich mal, das wird aber schwierig werden. Wie soll er beweisen, dass Tanzverbot oder seine Freundin Kokain nehmen? Erstmal ich persönlich sehe da gar keine Anhaltspunkte und würde es auch nicht glauben, aber dafür kenne ich da gar keinen in dem Game persönlich. Ich glaube, Tanzi ist auch nicht verpflichtet, einen Haartest zu machen. Also safe nicht. Aber wenn man einfach mal sowas in den Raum stellt, dann muss ich es auch beweisen. Jetzt ist es so, dass Tanzverbot natürlich selber einen Haartest machen könnte, so wie es damals Christoph Taum gemacht hat und der hat sich damit dann erst belastet. Aber Tanzverbot ist auch schon... Bei Christian Daum, der wurde ja auch vorgeworfen, dass er Kokain zieht. Dann hat er einen Haartest gemacht und der war positiv, Freunde. Das war lustig. Ich fahre mal mit meiner Freundin von dem Geld, was Orange und Orange mir für den Haartest gespendet hat. Mal locker flockig, schönen Urlaub oder geh mit ihr nett essen. Finde ich auch ganz cool, dass er so darauf reagiert hat. Es gab allerdings auch schon Fälle, wo manche Menschen dann tatsächlich den Haartest gemacht haben, um zu beweisen, dass an den Aussagen nichts dran ist. Da gab es den Richter Gnadenlos, Ronald Schill oder Ronald Schill, den kennt ihr vielleicht noch. Der war Innensenator von Hamburg, relativ rechter Richter, muss man wahrscheinlich sagen. Ein rechter Richter, also rechter Richter im Sinne von, dass er das Recht mochte oder weil er rechts war. Das ist ein großer Unterschied gerade. Er ist mit massiven Drogenvorwürfen konfrontiert worden. Der hat dann den Haartest gemacht und hat seine Unschuld entsprechend bewiesen. Hier allerdings ist es so, üble Nachricht. Ich glaube, in dem Kontext eher ein Richter, der das Recht mochte und nicht rechts mochte. Dürfte vorliegen, denn Orange um Orange wird es nicht gelingen, nachzuweisen, dass das Verbot Kokain konsumiert. Außerdem haben wir noch das hier, eine Verleumdung. Wer wieder besseren Wissens im Sinne von anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in Öffentlichkeit der Meinung herabzuwürdigen und dessen Kredit zu gewinnen geeignet wird, im Freizeitag bis zu zwei Jahren bestraft. Also könnte auch noch sein, dass auch noch das verwirklicht ist, denn auch da könnte man ja sagen, das ist ja, möglicherweise weiß er nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber er stellt es einfach nur in den Raum, aber könnte in der Summe auch noch verwirklicht sein. Bei diesen beiden Delikten müsste Tanzverbot aber Strafantrag stellen. Das sind Antragsdelikte, das heißt, ohne dass da von Tanzverbot ein Strafantrag kommt, passiert da nichts. Okay, ich glaube, das macht Tanzi, weiß nicht, ob er da Bock drauf hat. Ich glaube, Tanzi meinte, dass er wegen dem Adressenlieg auf jeden Fall juristisch was macht, weil das lässt er sich nicht gefallen, weil wenn, ja, wenn man einmal jemanden damit durchkommen lässt, dann lässt er den auch den zweiten durchkommen. Da musst du auf jeden Fall gegen vorgehen, hundertprozentig. Aber ob er ihn wegen Verleumdung noch anzeigt, das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht rausgehört. Außerdem habe ich mir noch ein 164 Absatz 2 rausgepickt, also da geht es um falsche Verdächtigung, wenn man jemanden einer Straftat verdächtigt. Also auch das könnte natürlich der Fall sein. Das ist zwar normalerweise eine Norm, die für die Anzeige bei einer Behörde gedacht ist, aber in Absatz 2 steht drin, genauso wie bei einer Anzeige einer Behörde, das hat Orange und Orange ja nicht gemacht, wird bestraft, wäre in gleicher Absicht bei einer, der in Absatz 1 bezeichnet, stellen oder öffentlich über einen anderen, und das ist ja sehr öffentlich, passiert über einen anderen, wie der besseren Wissens eine sonstige Behauptung tatsächlich aufstellt, die geeignet ist, ein deutliches Verfahren gegen ihn herbeizuführen. Das könnte natürlich passieren, dass jetzt ein Staatsanwalt die Ermittlungen aufnimmt, weil er es in den Raum gestellt worden ist, Tanzverbot nimmt Kokain. Oh, true. Da kann natürlich ein Staatsanwalt schon selber eingreifen. Jemand, der Bock auf ein bisschen publizitiert, könnte es machen. Ein, eine in Deutschland natürlich sehr verbotene Droge. Zivilrechtlich kann sich Tanzverbot auch schon jetzt wehren, also das sind sozusagen die strafrechtlichen Auswirkungen für Orange und Orange. Auf zivilrechtlicher Ebene kann Orange und Orange kostenpflichtig von Tanzverbot abgemahnt werden. Die ganzen Videos müssen gelöscht werden. Es muss dann versprochen werden, in Zukunft das nicht mehr zu machen. Das ist eine Unterlassungsverpflichtungserklärung. Das heißt, ein Vertrag quasi, den Orange und Orange mit Tanzverbot schließen würde, wo er verspricht, okay, sage ich das alles nochmal, zahle ich dir 5.000 Euro. Das ist eine Unterlassungsverpflichtungserklärung. Das wäre alles drin. Das könnte Tanzverbot in meinen Augen jetzt verlangen. Und wenn er es dann nochmal macht, der Orange und Orange gibt es für jeden Fall 5.000 Euro, unmittelbar für Tanzverbot. Gut, theoretisch könnte auch gegen Tanzverbot eben ermittelt werden, hatte ich gesagt, seitens der Staatsanwaltschaft. Ach so, dass die Staatsanwaltschaft gegen Tanzverbot vorgeht. Ach so. Gucken wir uns jetzt den zweiten Teil an, nämlich die Veröffentlichung der Wohnadresse. Da geht es also um die Wohnadresse. Jetzt bin ich gespannt, was einem droht, wenn man jemanden doxt. Weil da könnten einem sehr große Stafen drohen, weil jemand hat ja mal, ach nee, das war nicht doxt, sondern das war Swatting. Jemand hat ja mal Drachenhaut gedoxt und auch noch ein paar weitere Dinge gemacht. Und er musste ja dreieinhalb Jahre in den Knast dafür. Also nicht nur auf Bewährung, sondern wirklich Knast, Knast. Wohnadresse, ihr habt das in dem Tweet, war es geblurrt, aber im Livestream angeblich, im Original alles zu sehen. Da war es so, dass die Wohnadresse offenbar zu sehen war und Orange und Orange gesagt hat, was, von Tanzverbot soll die sein? Völlig entsetzt, kann doch nicht wahr sein. Glaube ich doch gar nicht. Aber in Wirklichkeit, er damit ja die Wohnadresse bestätigt hat. Die Situation würde ich also wie folgt einschätzen. Die Privatadresse ist preisgegeben worden. Egal erstmal, ob das humoristisch verpackt worden ist, wie ihr es gesehen habt, oder nicht. Das kann man außer Acht lassen. Hier geht es um einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht und zwar gegen Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung. Also hier, wenn die Norm durchgeht, das erschwar ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Datenschutzrecht ist immer ein bisschen verquer. Es gibt keine, das wären die Erlaubnistatbestände, wann man Daten verarbeiten kann. Datenverarbeitung wäre sozusagen auch eine Veröffentlichung seiner Adresse. Das ist nur möglich, wenn in diesem Fälle ein Tanzverbot eingewilligt hätte, sehe ich hier nicht alle anderen Rechtfertigungsgrundlagen hier, oder Erlaubnistatbestände sehe ich hier nicht als gegeben an. Und da diese Norm verletzt ist und die Verarbeitung unrechtmäßig war, hätte hier Tanzverbot nach Artikel 82 DSGVO einen Anspruch auf Schadenersatz. Die Frage ist heute, wie der Schadensersatz aussieht. Wenn er umziehen muss, ist ja voll viel Stress, ist voll viel Geld, was man wiederzahlen muss für Umzug, dies, das. Ja, was ist der Schadenersatz für auch so eine psychische Belastung, dass Leute wissen, wo man wohnt. So, in Verbindung mit 1004823 BGB. Also auch da wieder ein Anspruch auf Schadenersatz. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, wenn ihr uns für diese Ausarbeitung gerne belohnen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu uns führt. Wir kommen zum Like. Ja, gucken wir mal weiter. Was könnt ihr noch vorlegen? Wir haben solche Sachen übrigens schon erfolgreich vom Oberlandesrecht Köln durchgesetzt bekommen, wenn so Adressen, private Daten veröffentlicht worden sind. Wir haben ja im Datenschutzrecht eine recht hohe Expertise. Daher auch nochmal der Hinweis auf, dass dieser Datenleck, selbst wenn ihr nicht glaubt, dass ihr dieser Kunden seid, sondern nur beispielsweise Vodafone-Kunden seid, viele Vodafone-Kunden sind auch von dieser Datenleck betroffen, weil es da eine Aktion gab. Hey, dieser kostenlose Nutzen für alle Vodafone-Kunden. Also unbedingt mal auschecken hier unten. Alternativ könnte Tanzverbot hier auch die Persönlichkeitsrechtsverletzung, die zweifelsohne begangen worden ist, gelten machen. Das ergibt sich aus 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB analog in Verbindung mit 823 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Ah ja, das wollte ich auch gerade sagen. Was eigentlich passiert, dass man sich auf YouTube einfach sowas anguckt und es einfach auch Platz 2 der Trends ist. Crazy. ...paragrafenkette, die ihr hier geltend machen könntet. Auch daraus gibt es Schadenersatz und Unterlassungsansprache. Also eine ganze Menge, die hier zu tun wäre. Wichtig wäre es natürlich, dass Tanzverbot Screenshots gemacht hat. Ehrlicherweise, die Screenshots liegen vor. Hier gerade noch ein paar in geblurrter Version, aber die gibt es auch natürlich im Original zu finden. Logisch, dass ich euch die nicht zeigen wollte, um nicht den Verstoß zu intensivieren, der hier ohnehin schon begangen mit Worten ist. Ja, da es sich um zwei größere YouTuber und Streamer handelt, dürfte der Betrag, der hier ausgeurteilt werden würde, im vier- oder fünfstelligen Betrag, also irgendwo bei, ich würde mal sagen, rund um die 10.000 Euro liegen, die Tanzverbot von Orange im Orange bekommen würde. Okay, krass. 10K ist nicht nichts. Eine ganze Stange Geld oder eben Peanuts wie Casino-Streamer sagen würden. Ich bin gespannt auf euren Input. Sagt mir, was ihr von dem Fall haltet. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr den Fall weiter mitverfolgen wollt. Denn ich werde da auf jeden Fall auch dranbleiben und mal beobachten, wie dieser Beef weitergeht. Kann mir nicht vorstellen, dass das schon die letzte Runde war. Na, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auf der höheren Eskalation. Auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, das Ding, das Sing-Ding wird sich noch lange ziehen. Freunde, ich werde euch natürlich hier immer auf dem Laufenden halten, was da jetzt wieder wo stand ist. Natürlich nur, wenn wirklich relevante Sachen da passiert sind. Halt euch jetzt auf dem Laufenden. Deswegen abonniert gerne den Kanal hier für mehr Mini-News, so vorbereitete News, was wie, wo passiert ist in der Welt. Würde mich freuen. Ansonsten, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ihr Orange im Orange mögt. Nein, ciao.